Hallo, hallo, ah, schön, dass jemand drangeht, ähm, hier ist der Nikolaus, ähm, hier, ich hab gehört, in Köln haben nicht alle Leute ihre Stiefel geputzt, könnt ihr bitte ganz, ganz schnell mir helfen, ich komm mit den ganzen Geschenken nicht klar, und es muss doch jeder eins bekommen, sonst, also, ich hab ja auch einen Ruf zu verlieren, also, es wär ganz toll, wenn ihr mir helfen würdet, danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!